Im Leben eines Jeden gibt es eine Zeit, in der Musik alles ist, was man fühlt. In der man beim Zuhören empfinden kann, was ein Musiker träumt. Eine Zeit, in der ein Ende plötzlich zu einem neuen Anfang werden kann. Um Mitternacht. Von dem renommierten französischen Regisseur Bertrand Travernier kommt ein Film, in dem das Leben einen ganz besonderen Rhythmus und einen ganz persönlichen Klang hat. Mr. David Turner. Aus einer Welt, in der ein Mann zur Legende wird. Wissen Sie, Ihre Musik hat mein Leben verändert. In der aus einem Freund der Retter wird, weil er allein die Legende am Leben erhalten kann. Reicht gut. Die Geschichte eines Überlebens aus Leidenschaft. Lass ihn raus! Lass ihn raus! Die Geschichte einer Liebe im Namen der Musik. Mein Leben ist Musik. Meine Liebe ist Musik. Und das 24 Stunden am Tag. Die Zeit ist wieder da. Um Mitternacht. Und wir tanzen. Tänchen. Die Geschichte einer Liebe ist Musik. Und das 50 Stunden am Tag. Die Geschichte einer limite. Dsch fret. Dsch wart.